Dann mal los! Verteidigen wir... Bravo! Ist einiges los. So, wollen wir mal gucken. Zack, so. Los geht's. Da wird sogar reingesnipet. Wo wollen wir hin? Zu B? Ja, Bravo ist überrannt. Da müsste man jetzt Artillerie reinschießen. Die haben wir noch nicht. Deswegen zu Alpha, ganz schnell. Wir verlieren Ziel, Anton. Ja, okay, du bist schon bei Bravo. Ah! Ist auch zu leise. Was ist denn da? Was war das? Zusammen mit Lautstärken. Come on! Max, du mitkommen. ich glaube ich bin leider unten gegangen ist vielleicht besser ein sniper guckt ja auch die ganze drauf also guckt das ja genau das geht schon wieder los ich haue das magazin um die und ich gehe drauf das kann doch nicht sein was ist jetzt passiert ja wir müssen uns zurückziehen haben beide punkte verloren obwohl wir ein spieler mehr sind das ist doch nicht alle gut er hat auch ein mg gehabt okay ich hab kurz gezögert weil die beide hintereinander standen der eine war tot und dann oh da steht noch einer und dann hat er geschossen ich habe zwar auch noch geschossen aber leider nicht auch dass den sniper da keiner weg holt mal da sind auf der rechten brücke seite so viele von uns auch ein paar scharfschützen und die kriegen den nicht oder jetzt sind wir schon bei bravo ich brauche ein sanitäter hier gibt es so gut wie keine ärzte kann das sein na doch einer hier gibt es so gut wie immer gleich die köpfe weg Ja, zu spät gesehen. Links unten war auch einer. Der da am Rand lang schlich. Ja, war zu kompliziert. Wusstest nicht, wo du zuerst hinzielen solltest. Dann war es leider schon zu schwer. Nee, nicht Bertha. Was soll das denn? Die sollen mal alle rauflaufen auf den Punkt. Ich muss fünf Meter davor stehen bleiben und warten. Vorwärts, Soldaten! Verdeih dich auf Zugang! Ich kann zur Entdeckung gehen. Ich muss schon wieder einsteigen. Das ist unglaublich, wie die einfach alles überwinden. Danke. Der hätte mich gar nicht mehr treffen können. Ich kann weitergehen! Ich sterbe! Helft mir! Toll! Aber gedacht, die kommen von der anderen Seite. Nein, die kommen von der Seite. Die kommen von hinten. Sehr seltsam. Ja, gut. Ja. Also. Wir müssen das Ziel dort verteidigen. das gibt es doch nicht alle anderen nicht getroffen das kann doch nicht sein Wer sprengt denn hier das Haus weg? Keine Ahnung, schießt in der Pappseher an. Ich stelle natürlich mega schnell. Ich bin verletzt, kann mir jemand helfen? Genau. Ich bin verletzt, ich bin verletzt. Ich bin verletzt, ich bin verletzt. Natürlich hat der mich gesehen. Aber wir verlieren wieder Alpha ein bisschen drauf. Auf den Flaggenpunkt. Ich bin hier oben noch im Haus. Hier ist einer im Haus. Okay, der ist tot. Dann habe ich geröstet. Ne, unsere Leute. Was ist denn ein Flammenwerfer hier? Was? Ich habe mir diesen Taschenflammenwerfer genommen. Ja. Ich bin geliefert. Hilfe! Wir brauchen Sanitäter! Wir werden da rauf gehen. Doch nicht. Glück, ja. Panze. Na, sie kommen hoch. Keiner kommt rein. Ich bin schon am Arsch. Ja, der ist reingerannt, ohne zu wissen, dass du da bist und hat dich direkt gemestert. Freue mich. Ja, gut. Ja, sehr seltsam. Oh Gott. Mal. Machen wir wieder Bravo. Ja. Da teile ich das Ziel, Soldaten. Kann ich irgendwas aufbauen? Panzersperren. Kann aber nicht verkehrt, die hatten wir eine Panzer. Kann man denn sonst noch irgendwas? Ach du Scheiße. Paar Sandzeckel. Alles nix dolles. Und hier ballert schon wieder einer alles. Was ist das, der Panzer? Was? Von hinter mir wurde ich getroffen, also da wo wir eigentlich herkommen. Sehr seltsam. Soll ich dich holen? Kann nichts sehen. Ich versuch das mal. Ja. Ich bin verletzt. Hilf mir jemanden. Das wird sich nicht mehr. Ja. 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 Das ist auch so stark, dass es auch nicht einfach das Ding zu führen. Bin getroffen. Brauche Sanitierter. Das war ein wer A. Ne. Im Auto. Das ist ein Fahrzeug bei A. Ich bin schon bei A. Es gibt es nicht. So ein Fahrzeug-MV macht einfach keinen Schaden. Der war schon nicht schlecht, wenn wir jetzt irgendwie Bravo wiederkriegen könnten, während die Alpha angreifen. Wir haben ja immerhin hier einen Panzer bei Alpha. Ihr müsst das Ziel dort erobern! Das Ding, was überringt, ist die... ...zu stark aufgestellt hier bei Bravo. Es sind zu viele da. Oh, der Taker ist auch da. Jo. Wieso höre ich den dann gar nicht? Tests, Tests, 1, 2, 3... Ach, weil er die Zendt leise ist. Ja, etwas leise, ja. Ist jetzt besser? Ja. Jo. Das ist ein Mikrofon-Flash-Ein. Das ist ein Mikrofon-Flash-Ein. Das ist ein Wasser! Seht ihr das? Also diese MGs hier, die waren auch Ausschussware, oder? So schnell wir die überhitzen. Vorsicht, ein Sniper! Das sind völlig scheiße, sind die. Das ist ein scheiß Sniper da, der schießt einen da wieder runter. Und mit dem Mg hier, mit dem Stand-Mg schaffst du gar nichts. Eine sinnlose Gurke, echt. Der Feind hat die Hälfte seiner Soldaten eingewischt. Wir müssen das Ziel dort verteidigen! Ich bin da rüber in Wartzen. Taker bist du bei uns im Team, im Trupp, oder bist du im Gegenteil? Ich bin in der Warteschlange. Achso. Und wenn werde ich dann bei euch reinkommen. Aber das Ziel dort! Wir müssen sofort auf Alpha rauf. Die sind schon hier. Ich nehme kräftig ein. Ich komm bei dir nicht mal auf. Du bist im Kampf, steht hier. Obwohl du ja nur rumläufst. Ja, aber die schießen hier dann doch mal das Haus kaputt. Ha! Gemessert! Du bist aber böse. Eher geschmüppelt. Zerkloppt, habe ich gesehen. Böse. Oh, wir haben beide Punkte. Lass es mir. Kamikaze Fliege haben sie jetzt auch schon. Es geht nicht weiter? Ja! Ja! Du bist eine Zeit. Ja! Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht mal. Oh, Feinde der Panzer kommen. Er reißt uns gleich in Stücke. Schnell weg hier. Wo ist denn der Panzer? Oberstraße. Ich glaube, er wurde zerstört. Glaube ich auch. Ja, ist down. Renne ich in die falsche Richtung. Weiß noch nicht. Au. Halt mal, dieses Sniper. Gibt es auch viel zu viel in der Mapperkarte. Medding mit Typ 2A wieder drauf gehalten. Ja, genau. Ja, Sasimico wieder. Äh, oben rechts quasi Richtung 300 Grad. Da sind eine Menge Sniper um auf dem Hügel. Scheiße. Oh, Sack. Muss man selber Sniper nehmen und die, bei mir an der Fahrzeugaufmunitionierungsbox ist ein gegnerischer Medic. Ich versuche ihn zu pingen. Er liegt da im Haus und wartet. Das Problem ist, ich sehe... Oh, die spawnen ja hier direkt bei uns. Wir haben ja ein Funkfeuer. Hast du das mitbekommen? Ich muss entfernen. Ich versuche ihn hier gleich. Sanitäter! Ja, verdammt, er hat mich... Aber er ist auch tot. Mach sie fertig. Vorwärts, Soldaten! Verdeih dich das Ziel dort! Jao. Die sind ja komplett total auf dem Berg. Ach, Scheiße. Fuck. Ich glaube, ich kann wieder belebten. Keiner da. Lächst du da nicht? Nein, ich bin tot. Ich muss da irgendwas Grünes liegen sehen. Wir müssen das Ziel dort verteidigen. Kommt die Artillerie runter. Mit dir nicht weiter weg, losgeschickt. Also hier kam er eben feindlich hier runter. Ja, das ist jetzt unsere, aber... Hier, ich hab' ich doch weiter nach hinten geschickt. Die sind bei Alpha. Die sind bei dir, Ex-Matter-Fahrer. Jawoll. Jawoll. Das ist gar nicht so einfach. Das ist gar nicht so einfach. Durchhalten! Verdeih dich das Ziel dort! War da keiner mehr, Telke? Nee, hier im Haus ist keiner mehr. Was ist das unsere Artillerie? Sieht nur aus. Ich hab' schon wieder nach Gabo. Was? Hup, der hängt da hinter der... Hinter der Zone. Ich schlitt in der Zone. Ja! Sanitäter! Bin getroffen! Brauche Sanitäter! Ihr habt es gehört! Verteidigt das Ziel dort! So, kann ja gar nicht sein, dass wir es jetzt geschafft haben. Oho. Am Anfang sind sie ganz schön gut durchgerannt. Oho. Bist du dich auf Lunch? Kist du dich auf Germ auf? Vielen Dank.